Mein Name ist Arnulf Koch. Ich bin eins der K in K&K Software AG. Die K&K Software AG wurde vor 21 Jahren von meinem Partner Armin Kraus und mir gegründet. Wir haben unser Unternehmen mit der Vision gegründet, für andere Unternehmen Softwarelösungen zu erschaffen, dass diese digitaler, effizienter und leistungsfähiger werden. Bis heute haben wir über 700 Projekte umgesetzt und wir verbrennen für unsere Leidenschaft und Vision immer noch so wie am ersten Tag. Ein paar Projekte, mit denen uns Produktionsbetriebe immer wieder beauftragen, möchte ich kurz aufzählen. Immer wieder dreht es sich darum, Daten zu erfassen oder Daten zwischen Systemen auszutauschen. Im Betrieb selber, zum Beispiel zwischen verschiedenen Software-Systemen oder zwischen Maschinen oder zwischen Maschinen und Software oder aber mit externen Lieferanten, mit Kunden, mit Speditionen. Sei es über vorhandene Schnittstellen oder dass wir neue Schnittstellen programmieren. Ein anderes Thema, die Qualitätssicherung in der Produktion ist ein Themenkomplex, der enorm von der Digitalisierung profitiert. Digitale Nachweise statt Papier- oder Excel-Tabellen und diese digitalen Nachweise dem Kunden digital zugänglich zu machen, spart ihnen sehr viel Arbeitszeit und somit Kosten. Und dann natürlich innerbetriebliche Logistik. Es gibt immer zu wenig Lagerplätze und die erfordert dynamische Lagerkonzepte, dass ich mit einer App schnell einen Lagerplatz schaffe, da was einlagere und die Software weiß, wo das Material ist und wo es wieder abgerufen werden kann. Und der Abruf von der Produktionslinie erfolgt auch digital und dann nicht über eine Disposition oder ähnliches, sondern wird einfach direkt auf dem iPad vom Gabelstaplerfahrer eingespielt, was er von wo nach wo liefern soll. Sie merken sofort, die Prozesse laufen schneller und direkter ab. Und so gehen wir immer vor. Gemeinsam mit dem Kunden schauen wir uns die Gegebenheiten an und schaffen praktikabel und kostengünstige Lösungen, die ihnen wirklich echte Mehrwerte bringen. Warum sind wir der richtige Partner für Sie? Ich würde sagen, es macht die langfristige Erfahrung aus. Wir kennen uns einfach wirklich in den Fachbereich sehr, sehr gut aus. Wir haben ein Team von knapp 30 Informatikexperten und digitalisieren seit 21 Jahren Prozesse in der Großindustrie und im Mittelstand. In der Großindustrie haben wir gelernt, wie man Prozesse professionell abwickelt. Und im Mittelstand haben wir gelernt, wie man kreativ mit begrenztem Budget die Prozesse baut. Und so kombinieren wir das Beste aus beiden Welten. Bei uns werden die Projekte wirklich professionell und kosteneffizient realisiert. Dann natürlich neue Ideen statt Thema F. Wir sind wirklich sehr kreativ. Wir finden immer Lösungen für die Digitalisierung von Prozessen, die sich bestmöglich in ihre vorhandene Infrastruktur einfügt. Hier werden auch mal Sensoren selbst gebaut oder mit dem 3D-Druck Kleinserien produziert und dann die passende Firmware und Software dazu geliefert. Einfach mal vielleicht ein bisschen anders denken und das bringt oft sehr gute Lösungen. Und das allerwichtigste natürlich Zuverlässigkeit und Qualität. Wir selber sind Microsoft Gold Partner mit mehreren Gold Qualifikationen. Unsere Mitarbeiter sind von Microsoft zertifiziert. Wir halten uns an die Microsoft Standards und können so wirklich bestmögliche Softwarequalität liefern. Wir haben unsere internen Prozesse über die Jahre immer mehr ausgefeilt. Und so gewährleisten wir ihnen eine gute Erreichbarkeit, eine zuverlässige Kundenkommunikation, das ist den Kunden ganz, ganz wichtig, sowie natürlich Termin- und Liefertreue. So, jetzt habe ich sehr viel von uns erzählt. Nun würde ich gerne Sie und Ihr Unternehmen kennenlernen. Ich freue mich auf Ihren Anruf und ein baldiges Kennenlernen. Auf Wiedersehen, Ihr Arnulf Koch.